Jetzt, wo das ganze Thema total uncool ist, dachte ich, kann ich euch auch erklären, wie das geht. Heute bauen wir einen Selfie-Stick. Dafür brauchen wir Cocktail-Würstchen, Putter zum Golfen. Wir arbeiten gerne mit Pneumatik. Ist das richtig? Pneumatik ist Luftdruck, ne? Wir nehmen den Putter und da ich den noch brauche, weil ich demnächst einen Golfkurs anfange, lassen wir den ganz. Etwas schade, weil sonst könnte man vielleicht schmeißen. Machen wir so eine kleine Schiene drauf. Also Schutzkleidung ist wichtig. Ich erreg dich, du. Nun erfolgt die Montage am Golfschläger. Ist doch geil. Jetzt eine Absicherung nach vorne. Guck mal, es ist sogar ein Schutzbamper. Aber jetzt fällt er nicht mehr raus. Das ist doch ganz gut. Jetzt haben wir natürlich folgendes Problem. Ich komme da nicht mehr ran. Ein Bild muss jetzt sofort entstehen. Das heißt, der Fotograf muss entscheiden, weil er abgedrückt wird. Und dafür brauchen wir die sogenannte Pneumatik. Es gibt einmal die mobile Variante. Die funktioniert mit einem Wagen, würde ich gerade sagen. Und es gibt die stationäre Variante, die wir jetzt anwenden werden, weil sie etwas mehr Spaß macht. Wir brauchen für unsere Wurstschussmaschine ungefähr 4 Bar. Es ist ein Schätzwert. Jetzt machen wir eine Halterung. Wenn ihr glaubt, ihr habt es ungefähr ausgerichtet, wickelt um euer Leben. So, das sieht schon mal gut aus. Ist natürlich ein bisschen ungünstig, dass man dann immer hier so ein Stehbuch im Gesicht hat. Wird der Kompressor hinein montiert. Montiert. Ich habe noch gar nicht erzählt, warum wir das hier machen. Das Telefon wird hier so drin befestigt. Und hier ist der Schlauch. Da machen wir jetzt eine Verlängerung zwischen. Und ans Ende von der Verlängerung kommt ein Cocktail-Party-Würstchen zum Drücken von dem Auslöser. Dafür verwenden wir hier Montageschaum. Da ist so ein kleiner Nupsi dran. Wird hier einfach angesteckt. Hier ist so ein kleiner Haken. Anstecken. Fürze ich den am Ende noch ein bisschen. Dann muss ja noch ein Würstchen draufpassen. Wir können das jetzt mal enttesten. Drücken. Meinst du, wir treffen? Wo ist drauf? Es ist eine One-Shot. Das ist doch ein schönes Ding. Das sieht doch gut aus. Test 1. Guck mal, mein Selfie-Stick. Willst du mit drauf? Die Devise ist Laden und Posen. Glaubst du, wir haben ein Bild gemacht? Nee. Mann, der macht kein Bild. Party time. Wenn das jetzt kein Foto wird, ne? Selfie-Tech 200. War das ein Foto? Oh, nee. Wo ist mein Ventil? Wieso zur Hölle geht das nicht? Meine Wurst fliegt nicht mehr ab. Wir brauchen mehr Druck. Ich fliege voll auf Wurst. Oh, du Arsch. Mach ein Foto. Ich habe überall Bälle im Maul, Alter. Wurst-Selfie. Go for it. Mann, ey! Geht nicht mehr. Wir wissen jetzt, woran es liegt. Würstchen funktionieren nicht grundsätzlich. Würstchen funktionieren nur, wenn sie leiten. Das bedeutet, wenn ich hier das Metall berühre, beziehungsweise die Wurst mit meinem Finger berühre. Wir stecken hier oben in unseren Wurstfinger ein Draht rein, den wir hinten bis zu einem Handgelenk ziehen. Die Wurst ist auf dem Auslöser, geht nicht. Dann stecke ich mal ein Selfie-Draht rein. Das hier ist der sogenannte Paparazzi-Mode. Hallo, mein Freund. Aufstecken, dann unser Enter-Draht hier befestigen. Vorsichtig anlegen, ruhig ein bisschen Luft lassen. Ja! Das war's. Es geht, unser Selfie-Stick funktioniert. Endlich. Guck mal hier. Guck mal, nochmal, nochmal, direkt nochmal reinverspalten. Jetzt bauen wir den Großen. Aber es ist natürlich schön, wenn man die Hände frei haben würde. Für die andere Konstruktion benutzen wir jetzt eine Erfindung, die ich schon mal gemacht habe. Das ist der sogenannte Schnellgucker. Es geht bei mir ganz oft auch um, dass man die Hand frei hat. Das müssen wir jetzt so montieren. Ich glaube, ehrlich gesagt, das wird den Markt revolutionieren. Es ist hier ein bisschen rumgetüdelt. Ihr zählt das natürlich sehr gut. Boah, wunderbar. Wir kleben das nicht an mir fest, sondern wir machen Schulterpolster. Habe ich auch gerade gedacht. Es geht. Es geht gut. Wie kann man das große Brett genommen? Oh, weiß. Nicht so stramm, nicht so stramm. Doch. Nicht so stramm. Ja. Gut. Gut. Hör auf. Ist gut. Ja. Ist doch geil. Hier so. Selfie. Selfie. Das ist das Einzige, was ihr machen müsst. Posen. Ich kann eigentlich ganz entspannt. Gut drauf machen. Ich kann sogar Videos aufnehmen. Video. Rekord. Es ist ein Selfie-Stickständer mit einem Wurstfänger. Debbie. Es funktioniert. Willst du ein Selfie mit mir machen? Du bist ein bisschen klein. Warte mal, ich weckle kurz auf Kamera. Hato. Cheese. Wie findest du das? Gut. Würdest du das auch verwenden? Das war, wie baue ich mir meinen eigenen Selfie-Stick, beziehungsweise Ständer. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, Kliemann basteln oder so. Gut? Ja. föy typically drin, wenn es hier rend istemers universo ist. Mit Menschen tun. Wie kalt.